So, herzlich willkommen bei Sasa Trading. Heute dürfen wir euch hier einen ganz besonderen Posten vorstellen, den wir jetzt gerade frisch abladen. Das handelt sich hierbei überwiegend um A- und B-Ware. Jedoch seht ihr hier Retoure. Das heißt, wir haben hier zum Teil komplett neue Kühlschränke dabei, also auch Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen. Hier noch kleine Kühlschränke original verpackt von der Firma Amica dabei. Und weitere Geräte zeige ich euch hier jetzt nochmal außerhalb des LKWs. Wie gesagt, ihr habt hier einen wunderbaren Mix dabei von Kühlschränken, Waschmaschinen, Trockner, als auch hier nochmal Side-by-Side-Kühlschränke dabei. Und falls ihr euch hierfür interessiert, es gibt selbstverständlich noch eine Liste dazu. Die Ware ist hier direkt aus Deutschland. Und ihr habt hier nochmal Backöfen dabei, unter anderem auch mit Cerankochfeld, als auch Induktionskochplatte. Waschmaschinen in einem schönen Design dabei von der Firma Hanse Hittig. Wie noch weitere Side-by-Side-Kühlschränke. Sehr empfehlenswert dadurch, dass es sich hierbei um Retoure handelt, habt ihr hier, wie gesagt, sehr viel von A- und B-Ware dabei. Neue Ware, als auch gebrauchte Ware und Ausstellungsstücke. Wir haben hier nochmal Spezialmaße dabei von den Spülmaschinen. Komplett neu, jedoch ohne Verpackung. 45 cm Breite. Und falls ihr euch hierfür interessiert, dürft ihr selbstverständlich auch bei uns hier einen Termin vereinbaren, um die Ware hier nochmal vor Ort zu besichtigen. Ihr habt hier über 200 Geräte bei uns auf Lager, die ihr besichtigen könnt. Und dieses Angebot ist ab sofort hier bei uns. Und das von der Firma Hanse Hittig. Das war es vor Ort von mir. Meldet euch sehr gerne über die sozialen Netzwerke, als auch über unsere Messenger wie WhatsApp, Telegram, Emo, Viber und den weiteren Messengern. Ihr habt hier noch eine Liste verfügbar und einen sehr guten Mix an weiße Ware. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es von der Firma Sasa Trading.